Ich warte nur darauf, dass der mit seinem scheiß Rasenmäher aufhört. Heute das Duell der Glatzen, Leute. Ich war natürlich vorher einkaufen, Leute. Und jetzt zieht euch mal rein, was ich dem Holzi mitgebracht hab. Wer ist noch mal dein Lieblings-Superheld? Boah, ich hab mehrere. Ich würd sagen Wolverine schon. Dann guckt ihr das mal an, was ich hier heute dabei habe. Habt ihr das? Der versteht gar nichts. Der versteht gar nichts. Boah, Junge, das sind ja tatsächlich Wolverine. Ich schwöre euch, das ist nicht gescriptet. Ich wusste, dass Lars Lieblings-Superheld Wolverine ist. Deswegen hab ich ihm die Wolverine-Schuhe besorgt. Geil. In seiner Größe. Geil, danke dafür. Die kriegst du aber noch nicht, denn du musst natürlich erst dieses Video hier gegen mich gewinnen. Boah, Junge, da muss ich ja richtig anstrengen. Ansonsten werden die Dinger verlost an euch da draußen. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Vielleicht kann ich die Verlosung dann auch noch gewinnen. Junge, ich muss richtig Gas geben, ey. So, wir machen heute fünf Mini-Challenges, beziehungsweise Best of Five. Das heißt, wer drei für sich entscheidet, kriegt die Schuhe. Ich verlos sie, Holzi darf sie natürlich behalten. Digga, ich hab gedacht, da kommen wir hier mit Bestrafung an, mit so Tüten. Vorher, ja, ich muss noch einkaufen und so. Und dann auf einmal so nice Schuhe, ey. Ich stehe ruhig unter Druck. Ich will die jetzt haben, Alter. Acht Bälle ins Tor reindrehen. Wer mehr trifft, kriegt den ersten Punkt. Okay, der deutsche Angolo-Angolo-Kante. Also, wenn ich den jetzt acht schaffe, dann ist schon gut, ne? Der erste Ball. Das ist schon ärgerlich, denn der erste zu machen. Boah, Junge, es geht um so viel, ey. Wie kann ich den ersten schon so verkacken? Vor allem der erste ist der einfachste. Ja, der geht. Der geht, der muss, der muss. Komm, roll, roll, roll. Boah, der macht... Oh mein Gott. Boah, jawoll. Der erste Vollumfang hinter der Linie, ja? Ach du Scheiße, was machst du denn hier, du konntest das doch mal. Ich konnte es mal, aber jetzt, wenn es um was geht, dann ist der Druck zu hoch, Leute. Ja, der reicht, der reicht. Der reicht nicht. Nope. Der reicht nicht. Okay, der erste Challenge könnte hier schon ziemlich mies für mich aussehen. Was ist denn hier los? Boah, der ist auch zu weit, du. Okay, wenn ich die letzte nicht mache, dann habe ich safe verloren. Du Mann. Ja, der geht. Den schieße ich dann perfekt, ne? Zwei von acht, Leute. Eieiei. Zwei von acht. Es tut mir jetzt schon leid, wenn ich dich in der ersten Challenge schlagen muss. Ja, das ist schon mal sehr gut. Gut für mich. Sehr gut für mich. Der Schuh rückt näher für den Holzi. Wir sind heute beide schlecht. Wir sind beide schlecht. Wir sind beide. Oh Junge, das ist ganz bitter. Ganz bitter. Ganz bitter. BAM! 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 Tja, hier musst du zeigen, dass du es kannst. BAM! 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 3 Meter. Jetzt Auge aktivieren Leute für meinen Wolverine Schuh. Ich nenne es schon mein Schuh. Ein bisschen drüber den Schuss. Dann wäre er durchgegangen. Ich mache es aber eng. Aber reicht, reicht. Es wird immer enger Leute, immer enger. Passt ja nicht mal mit meinem Eierkopf durch. Ist okay. Danach noch einmal zusammenstellen. Das heißt, wenn ich verkacke, schon raus. Dann war es das höchstwahrscheinlich mit diesem Schuh für dich. Ja, perfekt. Okay, zweite Challenge geht an mich. Das heißt 1-1. Alles noch drin. Die dritte Challenge ist ganz klassisch. Latten schießen mit den 8 Bällen. Gegen den Latten King ist natürlich ein bisschen unfair hier. Ja, man hat auch mal einen schlechten Tag. Der bringt ja immer schon eine Latte mit auf dem Platz. Ja, den ersten direkt flach. Das ist super. Der war zum Reinkommen. Immer noch ein bisschen flach. Oh, der testet schon, wie man einen Ball schießt. Lass fühlen vorher Leute. Jawoll. Eine ist schon mal wichtig. Nope. Den letzten muss ich machen. Dann 2 von 8 ist eine okaye Ausgangslage. Keine gute, aber nur okaye. Nein. Er hat schon mehr getroffen als ich bei den Ecken. Da habe ich auf jeden Fall keinen Nuller-Durchgang machen. Wir müssen hier wieder beten, Leute. Drückt jetzt Like. Mit der Friese Mulchia treffen. Oh, Mann, Alter. Genau den habe ich auch getroffen. Oh mein Gott, ich schwöre. Ich wollte schon schreien. Let's go! Let's go! Der neue Glatzen-King. Jetzt wird es kriminell, Leute. Elf Meter. Wir machen direkt Shoot-Down. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich die Schuhe eingetütet. Vielleicht halte ich dir jetzt das letzte Mal schon in der Hand. Hier ist sogar Wolverine drauf, Leute. Boah, jetzt muss ich so sweaten, Leute. Wer verschießt und der andere trifft, dann verkackt. An diesem Schuss hängt jetzt schon alles ab, Leute. Wenn ich jetzt verkacke, bin ich schon raus. Ich füge mich da hin. Jetzt kommt ein richtiger Klichtjahr, Alter. Elfer Kick. Ja, so Winkel-Geschichten lasse ich lieber bleiben. Der war richtig close. Der war echt schwach, aber reicht. Oh mein Gott! Den Treffen und ich bin ein nah. Wahrscheinlich. Und ich bin einen Schritt näher an dem Schuh. Rechts unten wie ein Dreckiger. Okay. Wir gehen in alles finale, entscheidende letzte Challenge. Das sind jetzt die letzten drei Bälle, bzw. die letzten drei Schüsse, die über die Schuhe entscheiden. Wer jetzt mehr von den drei trifft, kriegt die Schuhe? Ich wünsche mir Glück, Leute. Leute, einer ist muss. Wenn ich jetzt keinen treffe, oh mein Gott, da muss ich alles halten. Ich muss einen treffen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Oh! Warum? Wie kommt der da ran? Der will mir diese Schuhe nicht gönnen, ne? Wichtiger. Wichtiger Treffer. Rechts unten wie ein Dreckiger. Den muss man hier auspacken, wenn es um die Wolverine Schuhe geht. Oh! Hör auf! Wer macht's Auge, Mann? Zweimal Latte! Bei einem Tor von drei kann man schon nicht meckern, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich gönne Holzi die Schuhe. Ich werde jetzt extra verkacken. Entweder verkack ich so oder so, aber ich sag auf jeden Fall, weil ich will, dass Holzi diese Schuhe kriegt. dem armen Jungen mal eine Freude machen, ne? Hat schon keine Haare, dann wenigstens Schuhe. Alles noch drin. Zwei Dinger kann ich noch machen. Zwei Dinger kann ich noch daneben schießen. Der muss gehen. Der muss neben das Tor gehen. Für Ausgleich. Wow! Ja! Jawoll! Ja! Jubel! Jubel! Danke, danke. An allererster Stelle möchte ich mir danken, dafür, dass ich so ein guter Fußballer bin. Ja! Jubel! Limited, Adidas, Predator, Wolverine, Marvel Corporation. Danke, danke. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich bin so ein Dreckiger und verlost sie auch? Ne, mach ich nicht. Ich bedanke mich. Danke, danke. Du hast auch verdient. Überhalte die. Und vielleicht spiele ich irgendwann mal ein Fußballmatch damit. Vielleicht auch nicht.